Schalke verliert 0 zu 2 bei der Spielvereinigung Fürth, aber das interessiert im Grunde keinen mehr. Deswegen verschwenden wir heute auch gar nicht viel Gedanken auf dieses Spiel, sondern wir reden über Trainer Karel Gerraths, über den Kader, wer geht, wie es weitergeht. Das alles seht ihr jetzt bei 19.04, der Schalke Talk. Ganz ehrlich, vor ein paar Wochen hatte ich noch ein bisschen Angst vor diesem Tag. Es ist der 34. Spieltag, der ist abgelaufen und vor ein paar Wochen sah es noch so aus, als müssten wir ziemlich üble Nachrichten verkünden. Dem ist nicht so, alles hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Schalke beschließt die Saison auf Platz 10 nach einer 0 zu 2 Niederlage in Fürth. Gut, darüber reden wir heute, aber nicht über das Spiel, nicht so viel über das Spiel, sondern vielmehr um das Drumherum. Heute mit Schalke-Reporter Andi Ernst. Glück auf. Mit Schalke-Reporter Robin Haag. Glück auf. Mein Name ist Matthias Heselmann von der Watzgelsenkirchen und die 19.04 Minuten, die starten jetzt. 0 zu 2 verloren in Fürth. Wie ich gerade schon gesagt habe, vor ein paar Wochen hätte das noch ganz übel enden können. Jetzt hat es im Grunde genommen keinen mehr interessiert und über das Spiel müssen wir nicht großartig reden, oder? Ja, ich würde sagen, wir beschränken uns auf den Spieler des Spiels, weil damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Und nachdem wir in den vergangenen Wochen immer verschiedener Meinungen waren, ist Marius Müller, der Spieler des Spiels, hat man in einer 1 gegen 1 Situation Kurzverschluss gerettet. Satz mit X, das war nichts, das Spiel. Viele Änderungen in der Startelf, die ganzen Angeschlagenen waren nicht dabei. Fünf Änderungen in der Startelf, viele knappen Schmiede auf der Bank. War eine zusammengewürfelte Mannschaft, die so nie wieder zusammenspielen wird. Schwamm drüber, würde ich jetzt sagen. Ich würde auch sagen, Marius Müller kann man als Spieler des Spiels nennen. Also keiner hat herausgeragt gestern, das kann man so sagen. Hält immerhin einmal, gut im 1 gegen 1. Kein Fehler gemacht. Die beiden haben Ahnung, ich nicht. Ich schließe mich euch beiden komplett an. Aber ja, nein, das muss man ja sagen. Das war wirklich ein Spiel, wo von Anfang an nicht klar war, da geht es um nichts. Weder für Fürth noch für Schalke. Da hat irgendwer großartig Bock drauf. Abgehakt. Trotzdem fand ich, unterm Strich, auch wenn es jetzt komisch klingt, es war gut, dass Schalke dieses Spiel verloren hat. Weil so kann man, so geht man mit einem Negativerlebnis in die Winterpause und nichts anderes hat die Saison verdient. Also wenn man jetzt das Spiel nochmal gewonnen hätte, hätte man nicht acht Spiele umgeschlagen oder was auch immer. Und dann hätte man gedacht, war doch gar nicht so schlecht, wenn man so weitermachen wird. Das habe ich auch gedacht. Und das darf nicht passieren. Man darf nicht glauben, so darf es weitergehen. Es war eine katastrophale Saison. Es war die schlechteste Saison, die man sich, weiß ich nicht, die von Schalke 04 erlebt hat in meinen 31 Lebensjahren. Und so darf es nicht weitergehen und das muss jeder merken. Ich habe gestern auch überlegt, so löst sich das Ganze jetzt so in Wohlgefallen auf. Nee, Wohlgefallen ist es auf keinen Fall. Das war eine scheiße Saison. Interessanter Gedanke. Ich habe dann auch am Abend im Zug, als wir zurückgefahren sind gestern Nacht, einen Kommentar geschrieben. Und nachdem wir vorher im Zug diskutiert hatten, ist das halt auch genau mein Einstieg gewesen. Auch die Zeile, dass das eine Katastrophensaison war. Dass das niemand schönreden darf. Dass die Analysen, die jetzt erfolgen, schonungslos sind. Und dass sich niemand von diesen sieben ungeschlagenen Spielen in der Endphase der Saison blenden lassen darf. Denn wir haben das ja oft thematisiert. Das war jetzt nicht, dass Schalke mit Hurra-Fußball und Konzept-Fußball die Gegner windelweich gespielt hat. Sondern das war ganz einfacher, langer Ball, zweiter Ball, Heldenfußball. Mit Müller hält hinten, Karamann trifft vorne aus dem Nichts. Zwischen Rücken ein paar Zweikämpfe gewinnen. Es ist ja auch am Ende schon bezeichnend, wenn man sich die Saisonstatistik anguckt. Und dann taucht Schalke, was die Mannschaftsstatistiken angeht, zweimal in den Top 3 auf. Und zwar bei gewonnene Kopfball-Duelle und Fouls am Gegner. Das sagt ja auch schon eine Menge aus. Das spricht genau für den Fußball, der gespielt hat. Genau, das spricht ganz genau für den Fußball. Langer Ball, Kopfball, zweiter Ball. Die meisten Fouls im Schalker Team. Die 15 meisten in der zweiten Liga. Obwohl er nicht in allen Spielen dabei war, hatte Ron Schallenberg. Der dann auch noch als Sechser dann den zweiten Ball häufiger, wenn er nicht gekriegt hat, hat er den Gegner abgeräumt. Das sagt halt alles aus, wie Schalke am Ende diese Rettung dann doch noch schaffen kann. Na vor allen Dingen, wenn man ja auch den Anspruch bedenkt, den Schalke hatte. Also man ist ja ganz klar angetreten, letzten Sommer mit dem Ziel, wir wollen wieder aufsteigen. Oder wir wollen zumindest da oben mitspielen. Ja, das ist ja das Zitat von Thomas Reis, Ex-Trainer, dieses ominöse und hinterher Zitat, das viele bereut haben. Wir wollen und werden aufsteigen. Damit hat er natürlich die Latte ganz nach oben gelegt. Und das war schon ein Grundfehler dieser Saison. Damit sind wir ja mittendrin in der Analyse. Ja, aber ich finde, man kann sowas ja sagen. Also das wird von Schalke erwartet, dass der Aufstieg das klare Ziel war. Das Werden hätte er sich schenken können. Ja, aber man selbstbewusst, ich fand es auch gut, man kann auch selbstbewusst sein. Man ist der große Favorit. Und dann zeigt man durch so eine Aussage Überzeugung und sagt, pass auf, wir schaffen das auch. Wir lassen ja gar keine Unruhe aufkommen. Das ist ja der Grundgedanke, der eigentlich gut ist. Aber was sagt das aus über die offenbare Fehleinschätzung, die er ja damals getroffen hat? Ist dann in der Saison einfach so viel schiefgelaufen? Oder hätte man vielleicht von Anfang an erkennen müssen, dass mit dem Kader, mit der Konstellation nicht möglich ist, in der Liga oben mitzuspielen? Nachher ist man immer schlauer. Aber natürlich hätte man zurückblicken, kann man sagen, man hätte es erkennen müssen. Wir müssen es ja auch selber kritisieren. Also wenn wir uns die ersten Talks angucken aus der Sommerpause, haben wir ja auch dieser Mannschaft und diesem zusammengestellten Kader zugetraut, den Aufstieg zu schaffen. Also so ist es ja nicht. Wir nehmen uns daher dann auch nicht raus. Ja, ja, ja. Ja, im Endeffekt, Kaderzusammenstellung wurde ganz, ganz viel darüber diskutiert. Und nicht umsonst wurden Peter Knebel und André Hechtelmann entlassen im Laufe der Saison, die diesen Kader zu verantworten haben. Das ist ja alles kein Zufall. Also da stimmt es vorne und hinten nicht. Im Team hat es nicht gestimmt. Das hat auch gestern nochmal Michael Langer, der ja Schalke verlassen wird nach sieben Jahren, wahrscheinlich nochmal gesagt, dass das mit Abstand die anstrengendste, schwierigste Saison seiner Schalke-Zeit war. Ja, weil immer wieder Brandherde gelöscht wurden, immer wieder wurde bis spät in die Nacht telefoniert in kleinen Mannschaftsgruppen, um Feuer zu löschen oder das zu versuchen. Ja, das sagt ja viel aus. Und Michael Langer ist ja gilt jemand, der ein gutes Ohr für die Kabine hatte, war in der Kabine sehr, ja, sehr beliebt, sehr gefragt. Das ist ja sehr Klebstoff zwischen verschiedenen Gruppen. Und wenn er das sagt, dann stimmt das auch. Und man muss bedenken, Michael Langer hat auch die erste Bundesliga-Abstiegssaison mitgemacht, in der Schalke nur 16 Punkte geholt hat. Und da stimmt es ja auch vorne und hinten nicht. Und wenn er jetzt sagt, das war die anstrengendste Saison, dann muss das schon was heißen. Michael Langer verlässt Schalke, zusammen mit ein paar anderen Spielern. Das hat Schalke ja auch diese Woche schon kommuniziert, dass Verträge auslaufen, die ja nicht verlängert werden. Wollen wir mal kurz durchgehen. Thomas Ovian ist dabei, ist ja doch einer der noch etwas bekannteren Namen, vor allen Dingen aus der letzten erfolgreichen Zweitliga-Saison. Genau, war drei Jahre da, verabschiedet sich jetzt, Vertrag endet und das hat sich schon sehr, sehr lange abgezeichnet. Und Schalke ist auf der linken Seite, die Thomas Ovian bespielt, sehr gut aufgestellt, hat Anton Donkor von Eintracht Braunschweig verpflichtet, hat Derri John Merkin, hat noch Tobias Mohr im Kader, hat Henning Matriciani, der diese Position spielen kann. Und dann, da ist für Thomas Ovian einfach kein Platz, zumal, wie er selbst gesagt hat, er Angebote von Erstligisten hat. Das heißt, er kann sich natürlich auch dementsprechende Gehaltssphären jetzt erstmal vorstellen. Das hat mich eigentlich jetzt ein bisschen wundert. Das ist, oh mein Gott, also er hat einen guten linken Fuß, er schließt gute Standards, er schießt gute Standards und solche Außenverteidiger werden immer mal gesucht. Und er hat ja jetzt nicht nur in den drei Jahren schlecht gespielt. Er ist ein bisschen langsam, man muss immer so in der Einzelkritik, da muss man eigentlich zwei Noten geben. In der Defensive hat er vor allen Dingen, wenn der Gegner schnell, ein schneller Gegenspieler da war, schon des Öfteren mal schlecht ausgesehen, auch im Stellungsspiel. Aber nach vorne kann man ihm eigentlich nichts vorwerfen, hat für einen Linksverteidiger gute Quoten gehabt. Aber dass es zu Ende geht, war lange, lange absehbar. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht den verdienten Abschied bekommen hat, so wie Danny Latzer und Simon Terodde. Ich sehe ihn irgendwie ein bisschen besser als du, auch wenn wir nicht zu jedem Spieler jetzt sowas für dich sprechen können aus Zeitlinien. Ja, leider. Aber weiß ich nicht, ich finde schon, er ist ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga, wenn er in Form ist, mit dem linken Fuß. Wenn er in Form ist. Die Flanken, ja, aber auch diese Saison war es in der Rückrunde ganz gut, fand ich. Und das musst du erst mal wieder finden, so ein Standardschützen, so ein Flankengeber. Nicht umsonst hat er in der Mannschaft auch einen guten Ruf, genau. Also sportlich kann man ihm da nichts vorwerfen. Dass er vielleicht auch andere Interessen hat, ist okay. Ich denke auch, der passt jetzt nicht mehr ins Gehaltsgefüge, weil er jetzt nicht, also wenn man ihn jetzt verlängern würde, dann hätte er sicher ein Gehalt in Top-3-Mannschaftsgehaltsgefüge haben wollen. Das ist er nicht, aber ich finde schon, dass er eigentlich ein guter Rollenspieler für Schalke war. Also ich hätte ihn schon gerne auch weiterhin auf Schalke gesehen, sportlich. Dann leg du jetzt mal die Messlatte, wie lange wir über die Spieler diskutieren. Dann red du jetzt mal weiter über Cedric Brunner. Ja, er geht auch. Vertrag nicht verlängert. Er hat, ja, war eine Saison für ihn mit Licht und Schatten, würde ich sagen. Er hatte, eigentlich hat man gedacht, man hat mit ihm einen soliden Rechtsverteidiger. Er hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, dann auch Formprobleme, keinen Rhythmus gefunden und teilweise auch schwache Spieler gemacht. Sodass man jetzt denkt, ja, das war nix die Saison. Aber letzte Saison war ja schon einer der besten in der Abstiegssaison. Deshalb war es alles ein bisschen verwunderlich. Ich war ein guter Typ. Deshalb, ja, es ist irgendwo klar, dass die Wege sich trennen. Aber Schalke verliert trotzdem einen guten Typen, glaube ich. Klar, Haken, Idrissi geht auch. Mit ihm hast du an Robin gestern gesprochen. Genau, mit dem habe ich gestern noch gesprochen. Also der hat nicht mal ein Angebot von Schalke erhalten. Diese Woche gab es noch Gespräche. Also vergangene Woche gab es da Gespräche. Aber wurde nur mitgeteilt, dass es nicht für eine Verlängerung reicht. Womit er natürlich auch gerechnet hat. Also wenn so lange nicht mit ihm gesprochen wird, dann denkt man natürlich auch, wenn der Verein gewollt hätte, dann hätte man wahrscheinlich deutlich früher die Gespräche gesucht. War auch so ein Missverständnis, oder? Ach, was heißt Missverständnis? Er ist ja aus der U23 hochgerückt irgendwann. Er hat sich da einen Probivertrag verdient, sich da einen Traum erfüllt. Er hat, glaube ich, vorher in der Regionalliga gespielt und dann über die U23 hat Bundesliga auf Schalke gespielt. Also für ihn war Schalke insgesamt eine gute Nummer, hat er auch gestern noch mal gesagt. Er hat viele super Erlebnisse erlebt. Aber die Saison war natürlich für ihn auch irgendwo enttäuschend. Also im Sommer sollte er eigentlich gehen, hat aber keinen Verein gefunden. Dann war er komplett außen vor und plötzlich war er dann Hoffnungsträger, Ende der Hinrunde. Hat gegen Rostock ja auch ein Tor geschossen, glaube ich. Ja, also er kann ja kicken. Also ich denke schon, wir werden ihn in der zweiten Liga vielleicht noch wiedersehen. Für zweite oder dritte Liga kann es definitiv reichen. Ja, ist auch noch 26, also ein ganz gutes Alter. Einen weiteren haben wir gerade noch angesprochen, Michael Langer. Ja, Michael Langer haben wir gerade schon darüber gesprochen. Verdienter Ruhestand, ne? Ja, ich habe mit ihm sehr viele Jahre verbracht und kann wirklich immer nur betonen, super Typ, ist auch noch topfit. Und es gibt ja diese ominöse Formulierung in der Pressemitteilung der Schalker zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, es gibt noch eine klitzekleine Hintertür. Die Formulierung wurde Michael Langer auch mitgeteilt, aber sie ist halt nicht seine Formulierung, was auch immer das heißt. Also meine Interpretation ist, bis zum 30.06. wird er definitiv keinen neuen Vertrag bekommen. Und wenn dann in der kommenden Saison feststeht, wer wird Torwarttrainer, bleibt Marius Müller, bleibt Ralf Fährmann, wie wird das neue Torwartteam aussehen, brauchen wir noch eine Nummer drei oder eine Nummer vier. Wenn die Fragen alle beantwortet sind und Schalke kommt zum Beschluss, boah, wir brauchen irgendwie noch eine Nummer drei oder eine Nummer vier, dann rufen sie vielleicht nochmal Michael Langer an. Der ist wie alt jetzt? 39. Aber er ist noch topfit. Das hat Simon Hinsley, der Torwarttrainer, mir vor einer Woche gesagt. Also der fliegt da durch die Bude. Und er hat gestern auch nicht gesagt, also er hat gesagt, Karriereende, er weiß es noch nicht. Guck mal, wie es aussieht. Also er hat jetzt nicht gesagt, er hört auf jeden Fall auf oder so. Also er fühlt sich schon noch breit, habe ich so interpretiert. Haben wir einen vergessen? Van der Slot. Van der Slot. Van der Slot. Wurde die ganze Saison gefordert auf der rechten Seite, hat dann am Ende gespielt. Gestern auch. Mangels Personal gestern auch, ein paar Spiele von Anfang an gemacht, hat schon angedeutet, dass er schon in der zweiten Liga mithalten kann. Nicht umsonst in den Spielen, mit Ausnahme gestern. Aber da waren halt alle nicht gut. Hat Schalke dann auch nicht verloren. Also das lag jetzt nicht vorrangig an Steven Van der Slot. Aber er ist jetzt nicht negativ aufgefallen in dieser Mannschaft. Bleibt auch in der zweiten Liga. Wird, so wie wir gehört haben, zum Aufsteiger Ulm wechseln. Zumindest ist das im Gespräch. Und das hat er sich auch verdient. Ja, man muss sagen, auch mit ihm hat Schalke, habe ich mit allen, lange nicht gesprochen. Sein Vertrag lief aus. Er durfte sich dann in den Schaufenster spielen, weil er die letzten drei, vier Spiele gespielt hat. Und wenn andere Klubs da deutlich schneller sind als Schalke und sagen, hier, pass auf, Ulm, wir suchen einen Rechtsverteidiger und sehen dich da als, sogar vielleicht als Stammspieler, dann, weiß ich nicht, würde ich als Steven Van der Slot auch sagen, dann mache ich das auch anstatt auf Schalke zu warten, ob was kommt, wenn vielleicht nichts kommt, dann hast du Pech. Also da hat Schalke, wenn man den hätte halten wollen, wie gerade auch, hätte man wahrscheinlich doch die frühe Gespräche gesucht. Aber so steht man dann da ohne ihn. Ein wichtiger Abschied wurde gestern nicht verkündet, nämlich der von Karel Geratz, im Gegenteil. Er bleibt. Ja, was haben wir uns hier... Hundertprozentig oder gibt es da auch noch Hintertüren? Köpfe heiß diskutiert. Ja, mein Gott, Hintertüren gibt es ja im Profifußball immer. Das haben wir, glaube ich, in all den Jahren gelernt, dass im Fußball sollte man nie definitiv Ja und Nein sagen. Also wenn Bayern München jetzt Karel Geratz anruft, dann weiß ich nicht, ob er bleibt. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Und Bayern München sucht ja so. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Nee, also das war ein Hin und Her. Darüber haben wir hier sehr oft gesprochen. Darüber haben wir sehr, sehr viel geschrieben. Und gestern nach dem Spiel war das dann doch eindeutig, dass er auf die Frage, sehen wir uns wieder beim Saison, beim Beginn der Vorbereitung hat er schon ganz klar mit Ja geantwortet und hat auch dargestellt, dass er in den Gesprächen, die er mit dem Vorstand und mit Ben Manger und mit Marc Wilmot zu den Direktoren geführt hat, dass er ganz klar gesagt hat, wen er behalten möchte, für welche Position er Schalke suchen soll. Er hat konkrete Namen genannt. Er, wie er selber sagt, hat die komplette Vorbereitung durchgeplant. Er hat gesagt, dass er Timo Baumgartel und Dominik Drexler, die aktuell aussortiert sind, dass er die nicht behalten möchte. Er hat über das Trainerteam gesprochen, dass er schon vielleicht gerne einen zweiten Co-Trainer nach seiner Wahl mitnehmen würde. Er sagt, er ist sehr glücklich auf Schalke, er fühlt sich wohl und er wird halt wiederkommen. Also das sind schon mehrere Zahlen, also das ist schon 99,9 Prozent. Also aus der Nummer kommt er jetzt nicht mehr raus. Das Einzige, was er gesagt hat, er spricht halt noch mit seiner Frau. Aber so er suggerierte, dass man das nicht überbewerten soll, sondern dass das völlig normal ist, dass man nach einer Saison mit der Familie spricht. Übrigens, ich bleibe auf Schalke. Dass die den Daumen senkt, halte ich da mal doch für sehr unwahrscheinlich. Wie seht ihr das? Positiv? Ja, also ich denke schon, also im Endeffekt hat man den wahren Karel Gerraths-Fußball noch gar nicht so richtig auf Schalke gesehen. Er hat es ja versucht nach seinem Amtsantritt, aber es hat halt nicht funktioniert. Also mit irgendwie Dreierkette und Flügelspiel. Ja, jetzt war es mehr so ein Gebolze, was wir gerade schon gesagt haben. Vielleicht auch, weil die nötigen Spieler nicht da waren. Genau, also es liegt nicht nur an Karel Gerraths. Jetzt wird man halt sehen, ich denke schon, dass er versuchen wird, im Sommer dann sein Spielsystem nochmal neu auf die Mannschaft umzusetzen. Und ob das dann funktioniert, oder ob man dann auch wieder davon abrückt nach den ersten drei Niederlagen und dann wieder nur bolzt, ist die Frage. Also daran wird er jetzt gemessen. Er wird versuchen, sein System durchzubringen. Aber für ihn spricht dann auch, dass er den Kader nach seinen Wünschen zusammenstellen kann und dass die Kritiker, über die wir oft gesprochen haben in der Mannschaft, also die ältere Gruppe davon, wird eigentlich fast keiner mehr da sein. Sodass diese Grüppchenbildung, die es gab, dass er versuchen kann, die hinzukriegen. Er kann eine völlig neue Hierarchie aufbauen. Die sechs Spieler, die den Mannschaftsrat gebildet haben, da ist jetzt keine schwierige Prophezeiung, wird niemand mehr in dem Mannschaftsrat der kommenden Saison sein. Und das ist auch eine Chance für Kader Gerhardt, seinen Fußball, seine Mannschaftsführung wirklich nach Schalke zu bringen. Ja, aber Thema Grüppchenbildung, also das ist ja auch immer so ein Prozess. Ich denke, die Grüppchenbildung hat sich ja auch entwickelt, weil es schlecht lief. Also wenn es in so einer Mannschaft, in so einem Team schlecht läuft, dann ist ja klar, dass dann gewisse Automatismen beginnen und Leute unzufrieden sind. Wenn jetzt alles gut ist, wenn die Mannschaft jetzt super spielt, dann wird es sowas nicht geben. Wenn es aber kommende Saison nochmal schlecht läuft, dann wird es auch wieder Baustellen im Team geben. Das ist ganz normal. Das liegt jetzt nicht daran, jetzt sind Drechsler und Baumgartel weg, die irgendwie öffentlich als Buhmann dargestellt wurde, was vielleicht auch ein bisschen fragwürdig ist. Und dann ist alles gut. Also es wird auch neue Probleme geben innerhalb des Teams, unabhängig davon, wer jetzt da spielt. Ob die Jungs da Baumgartel oder Drechsler oder wer auch immer heißen. Grüppchenbildung sind normal, da gebe ich dir recht im Profifußball. Mein Gott, also das ist völlig okay, das, was ein Problem dieser Mannschaft war. Und das ist was, was wir, muss man auch selbstkritisch sagen, und halt auch André Hechelmann und Peter Knebel im Sommer, um an den Bogen zu spannen, so ein bisschen falsch eingeschätzt haben, dass so diese Routiniers, die eben im Mannschaftsrat waren, dass die in der zweiten Liga nicht so funktioniert haben, wie es eigentlich alle vorhergesehen haben. Simon Terodde war nicht der Simon Terodde vor zwei Jahren. Margin Kaminski, zweiter Kapitän, war nicht der Margin Kaminski vor zwei Jahren. Dominik Drechsler war nicht der Dominik Drechsler aus der Aufstiegssaison. Dann war Ralf Fährmann relativ schnell raus aus dem Tor. Im Mannschaftsrat noch Henning Matriciani, der viel zitierte Goat der Bundesliga-Abstiegssaison. Der hat überhaupt nicht funktioniert in dieser Saison. Und wenn dann wirklich die von der Mannschaft gewählte Mannschaftsrat schon schwächelt, dann hast du schon allgemein Hierarchieprobleme, weil dann die mit sich selber zu tun, die anderen sagen, was wollen die mir erzählen, die bringen keine Leistung. Und dann verselbstständigt sich das in einer Saison, die nicht läuft. Und nächste Saison wird natürlich nicht einfacher, wenn man auf die Namen guckt der Gegner, die nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen. Und die wahrscheinlich auch alle Aufstiegsambitionen haben, wie Hamburg, wie Köln, Bochum oder Düsseldorf, egal wer. Die werden beide oben mitspielen wollen. Da haben wir schon ein ordentliches Brett, oder? Die zweite Liga wird wieder großartig sein. Viele tolle Vereine, viele großartige Fahrten. Hinter Köln setze ich jetzt mal ein Fragezeichen, weil der FC geht mit einer Stimmungslage in die zweite Liga, die an Schalke vor zwei Jahren erinnert. Und kann nicht mal den Kader umbauen. Erinnern wir uns, vor zwei Jahren hatte Schalke unter Rufenschlüssel, auf 45 Transferbewegungen. Der 1. FC Köln wird gefühlt null haben, also null externe. Da kommen Leihspieler zurück, die wir gestern in Fürth auch gesehen haben. Da gehen ein paar Spieler weg. Aber die Chance, diesen Kader, der in der Bundesliga nicht gut war, umzugestalten, hat der 1. FC Köln erst im Winter. Deswegen, glaube ich, würde ich da mal ein Fragezeichen hintersetzen. Aber HSV ist immer ein Kandidat. Hertha BSC, als wir da waren, die haben klar gesagt, im ersten Jahr konsolidieren, im zweiten Jahr aufsteigen. Schalke will wieder aufsteigen. Düsseldorf oder Bochum. Karlsruhe habe ich immer hoch oben auf der Rechnung. Hannover auch. Also das wird wieder schon eine schöne Sprechende Saison. Wir sind bereit, Andi, oder? Wir sind absolut bereit. Da habe ich keinen Zweifel dran. Wir haben noch ganz wenig Zeit. Dann lass uns vielleicht noch einmal einen versöhnlichen Abschluss finden. Gestern wurde es noch mal emotional im Stadion. Der Abschied von Asser. Ja, also das waren Szenen, die ich so auf Schalke noch nie gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Also nach dem Spiel wurde die Mannschaft nicht wirklich gefallen, sondern nur einer. Das war Gerd Asamon, der scheidende Lizenzspieler-Chef. Er wurde wirklich minutenlang mit Sprechkörn bedacht und ist dann zu den Ultras auf den Zaun geklettert, aufs Ultra-Vorsänger-Podest, hat dann da Geschenke von den Ultras bekommen. Zwei gerahmte Bilder, einmal mit einer kleinen Choreografie, ein Bild aus dem Rostock-Spiel, einmal eine gerahmte Ausgabe des blauen Briefs des Mitgliedermagazins der Ultras. Ja, und dann, was dann noch passiert ist, das war schon einmalig. Assamon ging auf die Knie, warst sich auf den Boden, verbeugte sich vor den Fans, er weinte bitterlich. Das war schon Momente, die irgendwie unter die Haut gingen. Da hat man schon gemerkt, was Assamon den Schalke bedeute. Ich habe mal geguckt, er ist vor 25 Jahren von Hannover 96 zu Schalke gewechselt. Klar, zwei kurze Unterbrechungen da drin, aber... Einen führt, deswegen war es gestern nicht ganz unfassend. Er ist das Gesicht von Schalke gewesen in den letzten 20 Jahren, wenn man einen Spieler gesucht hat. Und er wird jetzt weg sein. Assamon ohne Schalke ist ab, weiß ich nicht, heute Morgen Realität. Und das ist schon besonders, ein bisschen komisch auch. Assamon wird fehlen. Also ich glaube, das werden wir erst merken, wenn Assamon wirklich nicht mehr da ist, dass da wirklich eine Lücke entstanden ist, weil sich alle mit ihm identifiziert haben und identifizieren können. Und Schalke ohne Assamon ist echt ein bisschen weniger Schalke. Er ist halt einer von den Typen, die wir auch so vermisst haben dieses Jahr. Der wirklich Schalke lebt, der Schalke auch verstanden hat und der Schalke arbeitet und dem man das wirklich ansah mit jeder Bewegung, aus jeder Pore kam Schalke raus. Und einer der letzten, also die Schalke noch verkörpern. Es kommt wenig nach. Wenn man jetzt sieht, wie unerfolgreich die letzten Jahre waren, da werden keine neuen Assamons nachkommen so schnell. Die so lange im Verein bleiben, die sich so identifizieren, ist halt auch ein Punkt, wo man aufpassen muss, dass man solche Gesichter nicht verliert und dann an Schalker verliert. Das haben wir ein bisschen überzogen. Ja, wir können auch einmal überziehen. Hast du einen Höhepunkt diese Saison eigentlich? Wollten wir auch noch darüber sprechen. Einmal ganz kurz. Können Sie aber auch auf eine der vielen Folgen schieben, die wir in der Saison machen. Verschieben wir es. Das war doch nur ein Dreh, den ich finden wollte. Ich habe euch leider nicht informiert über diesen Dreh. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Also zum nächsten Mal herzlicher Gruß an Irak Asamoah vom Schalke Talk. Danke für alles, Asa. Großartige Zeit. Wir sehen uns wieder. Und zwar nicht erst zu Beginn der neuen Saison, sondern definitiv in der Sommerpause. Es gibt viel zu besprechen. Wir müssen über den Kader sprechen. Wir müssen über das Trainingslager sprechen. Aber wir machen auch ein paar Sonderfolgen, wo wir uns mit so Sachen beschäftigen wie, naja, was waren die Höhepunkte, die Tiefpunkte in diesem Jahr. Insofern bleibt auf jeden Fall am Ball. Abonniert unseren Kanal. Einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn wir eine neue Folge online gestellt haben. Guckt euch gerne auch nochmal die Sonderfolge an, die wir letzte Woche aufgenommen haben. Den Legenden Talk aus der Schalke Vereinsgaststätte. Mit schönen Sachen, schönen Gästen dabei. Insofern, Schalke erholt euch erstmal von der Saison. Die war anstrengend genug. Und wir sehen uns definitiv wieder. Und zwar ziemlich bald. Ja, und wir bedanken uns für eure Kommentare, fürs Ansprechen bei zahlreichen Auswärtsfahrten oder am Stadion. Für eure Unterstützung, dass immer mehr Leute unseren Talk geguckt haben. Das macht uns wirklich stolz und dankbar. Und vielen Dank dafür in der Saison. Vielen Dank.